Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, und wir haben diesmal ein Video, was ich, also ich hatte ja schon mal ein Zug geladen, wo ich Tierfell als Erinnerung für mich jetzt verarbeitet habe und ich habe jetzt den zweiten Teil davon jetzt für euch heute bereit gestellt und ihr seht links unten schon die kleine Form, das ist das Video, was zuerst online gekommen war, letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau wann, und jetzt kommt eben, wie gesagt, das zweite. Dafür habe ich jetzt einmal so ein bisschen Epoxidharz in dieser Silikonform ausgebreitet, habe dort dann das ganze Fell so ein bisschen eingearbeitet, und es ist nur bedingt so geworden, wie ich es mir gerne vorgestellt habe, aber ich will es euch trotzdem nicht vorenthalten, vielleicht habt ihr einfach dadurch dann eine Idee, was ihr besser macht in dem Moment, und aber wie gesagt, das war jetzt eben nur bedingt, dass es jetzt so funktioniert hat, wie ich es wollte. Aber ansonsten finde ich es immer recht spannend, mich da einfach so ein bisschen durchzuprobieren und ich werde es bestimmt auch öfter noch machen. Ich habe von dem Fell selber nicht mehr so viel, nur noch ganz bisschen, weil ich habe mich dann aufgrund dieses Ergebnisses dann entschieden, das Ganze von jemand anders machen zu lassen, und dadurch ist natürlich auch einiges an Fell jetzt weggegangen und habe nicht mehr ganz so viel, aber das ist auch okay, und dafür habe ich eben von dem anderen Menschen zwei wunderschöne Erinnerungsstücke bekommen von dem kleinen Bert. Bert ist ja mein Schweinchen, was letztes Jahr im Oktober gestorben ist leider, und dadurch war das dann leider nicht so einfach für mich, und das ist es bis heute meistens nicht. Gerade wenn ich den Großen immer noch sehe, der jetzt mit zwei Kleinen zusammensitzt, ihn dann sehe, denke ich immer, ach Gott, da wäre jetzt eigentlich Bert noch, und der fehlt mir natürlich trotzdem sehr. Und ja, wie gesagt, das Ganze habe ich dann trocknen lassen, und wieder so knapp 24 Stunden. Vielleicht hätte ich es auch noch ein bisschen eher rausnehmen sollen, dann wäre es vielleicht ein bisschen weicher gewesen. So war das gar nicht so einfach, ich wollte ja da so ein bisschen was rausstanzen, auch das Fell ist so ein bisschen verschwommen noch, das habe ich leider nicht mitbekommen. Aber, und das Stanzen war übrigens nicht ganz so einfach, und aber, ja, wie gesagt, für mich jetzt auch vollkommen in Ordnung, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und genau, es war eben für mich auch ein guter Test. Und, ja, wie gesagt, das mit dem Stanzen muss ich noch üben. Ich werde es aber auf jeden Fall, wie gesagt, noch mal machen. Und, ja, ansonsten kann ich schon mal einfach so ein bisschen erzählen, jetzt unabhängig davon, dass ich ein paar Projekte jetzt noch in Arbeit habe, die ich gerne ausprobieren möchte. Jetzt schaue ich natürlich, was kann ich noch machen. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was ich für euch mit ausprobieren soll, oder wo ich einfach mal schauen soll, wie ich es machen würde. Und habe eben auch noch ein paar Sachen, wo ich jetzt, ich will zum Teil die Seife nochmal gießen, ich möchte auch die Kerzen nochmal gießen, weil das für mich eben auch wunderschöne Sachen sind, die man gut ausprobieren kann. Und da habe ich eben auch ein, zwei Tipps schon bekommen, wie man vielleicht Sachen besser machen kann. Und, ja, dann habe ich jetzt noch was mit dem 3D-Bilderrahmen parat. Es gibt so viele Sachen, ich vermisse das Acrylic-Poring gerade noch so ein bisschen. Dadurch werde ich bestimmt das auch die Tage nochmal machen. Und, ja. Aber ihr seht, so ein bisschen hat es jetzt auch funktioniert mit dem Stanzen übrigens. Das heißt, da ist dann eben das Herzchen draus geworden. Und dadurch konnte ich es tatsache so ausprobieren. Wie gesagt, das Ergebnis ist nicht ganz so, wie ich es gerne wollte. Das aber einfach auch, weil dieses Fell eben so ein bisschen verschwommen ist, also sich so ein bisschen ausgebreitet hat. Wie gesagt, das habe ich so dann nicht mehr mitbekommen. Ich habe es natürlich aushärten lassen und stand dann eben nicht mehr komplett dabei. Und, ja. Aber für mich ging es dann weiter bei dem Projekt jetzt, dass ich das Ganze mit UV-Harz machen wollte. Und, ja, mit dem UV-Harz fand ich, ging das wirklich auch gut. Man braucht nicht diese ungeduldige Wartezeit und dadurch hat das ganz gut funktioniert. Ich habe da nochmal so ein bisschen was zusammengebastelt, weil ich das irgendwie ganz schön fand. Mir ist so ein Herz nur zum Teil gelungen. Dadurch habe ich das aber als Stabilität nochmal mit drauf gemacht und habe das Ganze dann unter die UV-Lampe gestellt. Ich habe zum Teil immer die Zeiten mit der UV-Lampe so ein bisschen reduziert. In der Regel ein, zwei Minuten habe ich es drunter gehabt und, wie gesagt, habe es jetzt überall nur so ein bisschen den Anfang und das Ende mit reingepackt. Einfach damit ihr seht, okay, die stehen jetzt unter der UV-Lampe und das war dann auch in Ordnung. Ist so ein 0815 UV-Lampe, aber sie tut ihre Dienste und dadurch ist das vollkommen in Ordnung, dass das jetzt so auf diese Art dann funktioniert. Und, genau, wie gesagt, das zusammengebastelte fand ich jetzt ganz gut in dem Moment, weil das da eben halt passte. Ansonsten habe ich dann noch, ich wollte so einen Anhänger machen aus so einer Lunette, heißt das, glaube ich, habe ich noch nie so richtig ausprobiert. Deswegen fand ich das auch ganz gut, dass ich es damit mal ausprobiert habe. Zu der Lunette gibt es auch das Klebeband, damit man das da draufkleben kann. Ihr werdet es auch sehen, ich zeige es euch, was ich damit meine und hätte, glaube ich, das Farbige weglassen sollen. Aber das war dann halt eben leider so jetzt, wie es war. Man lernt ja, wie gesagt, aus seinen Fehlern, weil man sieht, das fällt nicht mehr ganz so schön. Das ist das, was so ein bisschen schade ist und dadurch. Aber, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht bereut, das Ganze eben ausprobiert zu haben. Während ich jetzt hier mache, erzähle ich einfach noch mal ein bisschen weiter. Ja, ich habe ein paar Projekte, habe ich jetzt immer noch parat und muss eben schauen, wann ich dazu komme. Aktuell ist unglaublich viel auf Arbeit zu tun. Ich habe auch lange überlegt, ob ich jetzt für die Woche ein Video mache oder nicht. Aber ich habe mich entschieden, solange ich jetzt noch ein Material habe, werde ich es auch machen. Und ansonsten muss ich schauen, wie ich eben mal zum Basteln komme. Ich würde total gerne ganz viel basteln, aber ich habe halt oft die Zeit gar nicht so. Und aktuell ist einfach mein Arbeitstisch auf Arbeit sehr, sehr voll und es fällt mir unglaublich schwer, das Ganze so zu machen. Aber, wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich mag meinen Job sonst, aber eben, wie gesagt, aktuell ist es einfach sehr, sehr viel. Ja, hier seht ihr übrigens die Linette. Die Linette, die habe ich da auf dieses Klebeband geklebt, damit eben das Ganze nicht ausläuft. Und dadurch funktioniert das ganz gut. Ich finde die Linette selbst auch sehr schön, weil die nicht ganz so viel Schnickschnack hat. Ich habe auch noch welche, die haben ganz viel Schnickschnack. Da weiß ich jetzt noch nicht, was mich damals geritten hat, das Ganze zu holen. Aber gut. Hier seht ihr den UV-Harz und dazu gab es so Mini-Silikon-Förmchen. Und die machen es natürlich leicht, da das Ganze dann, weil man braucht ja nicht wirklich viel. Und das Ganze ist dann auch in Ordnung und da habe ich so ein bisschen Farbe dann auch reingemacht. Und, wie gesagt, die Farbe würde ich jetzt wahrscheinlich zumachen, also nicht zumachen, nicht machen. Ich hätte es wahrscheinlich einfach ohne Farbe, sondern transparent machen sollen. Aber, wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und dadurch war das jetzt aber auch in Ordnung. Und das Ergebnis ist ja trotzdem schön. Das werdet ihr auch zum Ende sehen. Aber, wie gesagt, das Fell sieht man nicht so richtig. Aber ich habe mich eben, wie gesagt, mit den Lünetten ausprobiert. Und das finde ich dann auch gut und nutze die Chancen, die ich habe, um das Ganze mich durchzutesten. Wie gesagt, nur durchs Ausprobieren kann man Dinge verändern. Und ist aber in allen Bereichen so, das ist nicht nur beim Basteln so oder Ähnlichem, sondern eben im ganzen Leben Dinge ausprobieren. Ich habe auch eine Freundin, die hat jetzt gerade ihren Job gewechselt und ist da aktuell noch nicht ganz so glücklich. Aber finde ich jetzt persönlich tatsächlich sehr, sehr schade. Aber manchmal muss man den Mut aufbringen. Und ich habe ja auch gesagt, egal, was sie tut, im Zweifel sucht sie sich was Neues und dann ist das auch in Ordnung. Und aber, ja, mit Mut ist ja so ein bisschen. Bei uns auf Arbeit haben wir so Sprüche wie einfach machen und mit Mut. Und dadurch einfach machen, ja. Das gehört leider mit dazu, da einfach so ein bisschen sich mal auszuprobieren. Weil ich finde irgendwie das Leben einfach immer nur stur, immer das Gleiche machen, macht einfach auch keinen Spaß. Einfach immer mal was Neues ausprobieren. Ich mag an meiner Arbeit eben auch, dass es sehr vielfältig ist. Ich mag meine Arbeit grundsätzlich eigentlich sehr gerne. Wie gesagt, nur das Stressige ist manchmal halt ein bisschen schwierig. Und aktuell ist es einfach so, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber das ist dann auch in Ordnung. Und ja, hier habe ich jetzt zwei Farben zusammengemischt und lege diese jetzt unter den UV-Lampe wieder. Was eben, wie gesagt, das habe ich immer ein bisschen gekürzt und habe da jetzt nicht ganz so viel jetzt von mitgefilmt, sondern einfach nur so gemacht. Damit ihr es seht. Und wie gesagt, so eine Minute, vielleicht auch zwei, ist vollkommen ausreichend. Das heißt, das geht viel, viel, viel schneller, als wenn ich jetzt irgendwie das Ganze mit einem normalen Epoxidharz gemacht hätte. Und ja. Ansonsten, wir haben, oder wir sind mittlerweile, oder ich habe mittlerweile über 700 Abonnenten. Ja, wir haben eine relativ gute Zufluss-Follower. Ich mag es, ich freue mich darüber sehr. Ich weiß, dass andere Kanäle bestimmt viel schneller wachsen. Aber ist okay. Okay. Also, wie gesagt, für mich, ich sage es nicht umsonst immer, ich mache viele Dinge einfach aus meinem Hobby heraus. Ich freue mich, wenn die Leute das gerne schauen. Ich freue mich eben auch, wenn die Leute mich wiedersehen wollen, nämlich weil sie ein Abo dalassen und das Ganze dann als Erinnerung mit einstellen. Und das ist für mich halt so etwas viel, viel, viel wichtiges, dass ich halt eben wirklich erstens ich selbst meine Basteleien immer wieder sehen kann. Was habe ich schon gemacht? Wie habe ich es gemacht? Was sollte ich vielleicht anders machen? Und aber eben auch, dass es wirklich Menschen gibt, die sich auch meine Videos anschauen. Es sind nicht viele, aber für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe einen Hauptjob, also ich brauche YouTube nicht als Job. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das wollen würde. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil das natürlich auch Verantwortung und Aufwand heißt, weil man müsste sich ein Stück weit selbstständig machen. Man müsste schauen, dass man wirklich immer Videos hochlädt und sich immer wieder nochmal neu erfindet. Und ich bin mit dem, was ich aktuell mache, eigentlich sehr zufrieden. Und ja, auch die Musikvideos, von den Musikvideos könnte ich sowieso nicht leben, aufgrund dessen, weil ich dafür kein Geld bekommen würde. Das nennt sich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Monetarisierung. Bin nicht so fit, was Fremdwörter angeht. Aber da ist wirklich halt ganz oft, dass es dann eben dafür nichts gibt, einfach weil es nicht die eigenen Lieder sind, sondern andere ihre Ansprüche darauf geltend machen. Das heißt, immer wenn ich irgendwie abends weggehe, dann filme ich ja. Aber davon habe ich tatsache selbst nichts, außer, dass ich eben dem Benz viel eine Freude mache. Ich mache mir damit eine Freude, weil ich es eben hochlade. Für mich Erinnerungen sind, die immer bleiben. Ich schaue sehr gerne meine eigenen Musikvideos einfach auch, weil das für mich so ein bisschen zeigt, wo bin ich eigentlich. Ich weiß, wie aufgeregt ich damals war, als ich das erste Mal auch alleine weggegangen bin abends. Oder nachmittags war es ja damals. Das war nämlich auf der Fede La Musique. Und 2017. Am 21.06.2017. Und das ist halt so ein bisschen was Besonderes dann für mich jetzt auch gewesen. Ich habe das im Hinterkopf. Ich war da und habe damals mein erstes Video da mitgemacht. Was übrigens für mich irgendwie immer noch was Besonderes war, dass ich mich damals dahin getraut habe. Ich bin nicht der mutigste Mensch, aber ich stelle mich ganz vielen Sachen und freue mich darüber dann eben, wenn ich es geschafft habe. Und ähnlich ist es eben mit den Videos hochladen. Zu Anfang war ich aufgeregt. Oh Gott, wenn ich jetzt hochlade, wer weiß, was ist. Und aber mittlerweile bin ich da viel, viel selbstbewusster jetzt auch geworden und freue mich darüber dann eben auch, dass das für mich einfach ein wunderschöner Kanal jetzt ist, wo ich ganz viel von habe. Also probiert es, wenn ihr da Bock habt, probiert es einfach gerne selber aus. Ich überlege bloß noch, ob ich einen zweiten Kanal aufmache, wo ich einfach ein paar Sachen für mich selber, dann habe. Also wo ich vielleicht ein eigenes digitales Tagebuch oder sowas ähnliches mache. Beziehungsweise halt auch ein bisschen mehr meine Meierschweinchen zeige. Und die sind aktuell ja, wenn dann oft als Short-Video hochgeladen. Beziehungsweise mein letztes Video, was von Meierschweinchen ja dann war, was direkt hochgeladen wurde, war eben das Abschiedsvideo von meinem kleinen Bärt. Und dadurch, ich muss mal gucken, ob es zu viel Mischmasch ist, wenn ich alles hier hochlade. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ist für euch irgendwo die Inspiration jetzt gewesen, warum ihr gerne meine Videos nochmal schauen wolltet oder gerne schauen wolltet, was ich noch so hochlade. und würde mir natürlich auch helfen. Ja, ich muss dazu sagen, mir fällt es gerade, ich bin wirklich unglaublich müde und dadurch, es tut mir leid, dass ich gehostet habe. Ich mag es aber eben auch trotzdem nicht rausschneiden, weil es eben für mich immer Pleitenpäche und Pannen gehören einfach dazu. Und ja. Ansonsten übrigens, meine kleinen Schweinchen sind übrigens mittlerweile kastriert. Das heißt, sie sind jetzt zu dritt, die drei Jungs. Und Ernie war ja schon kastriert und Lollik und Bollik sind es jetzt auch. Der eine, da muss ich nochmal gucken, da ist der Kleine, der hat irgendwie ein bisschen was an dem kleinen Schnippel, so ein bisschen was nochmal geguckt werden muss. und aber dann wird das auch werden. Übrigens, diese kleinen Sachen jetzt hier einfach so beim Epoxidharz machen, hier das UV-Harz. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr entspannend, wenn man da so ein bisschen das Ganze in die Ecken macht und mit ein bisschen Leichtigkeit das Ganze so ein bisschen macht. Also dementsprechend, irgendwie mag ich es. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es öfter machen will. Ich bin ja eher der große Projekte-Macher von den Epoxidharz. Mindestens ein Untersetzer muss es sein. Ich habe auch unglaublich gerne die mit den trockenen Blumen gemacht, das Herz und das Viereck. Mag ich unglaublich gerne. Meine Nichte hat von mir auch ihre Rose bekommen mittlerweile. Und hier seht ihr das Ergebnis schon mal. Wie gesagt, man sieht leider das Ganze nicht so richtig, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe es jetzt hier übrigens auch abgemacht und habe auf der Rückseite dann auch nochmal eine UV-Schicht gemacht, aufgrund dessen, weil das auf der Rückseite so ein bisschen huckelig war und wenn man es sich wirklich so als Halskette macht und dann vielleicht auf die Haut kommt, könnte es sein, dass das einfach immer so ein bisschen kratzt und mit einer Schicht von dem Epoxidharz, also dem UV-Harz, vermeidet man das so ein bisschen und finde ich Tatsache wirklich sehr, sehr schön, dass man da eben auch so kleine Schichten macht und nicht gleich sofort irgendwie das Ganze kaputt macht. Hier seht ihr auch auf der Rückseite, dass da die zwei unterschiedlichen Farben jetzt auch noch zu sehen gewesen sind und ja, ich zeige euch natürlich das Ergebnis nochmal extra und damit ihr einfach auch sehen könnt, dass wirklich das Feld ganz schlecht zu sehen ist, ich gucke mal, dass ich euch vielleicht auch die Ergebnisse zeige, die jetzt von der anderen Künstlerin gemacht sind. Ich habe sie auf TikTok kennengelernt und liebe ihre Videos sowieso und ich finde auch die Ergebnisse, die sie macht, unglaublich schön und dadurch war das für mich die richtige Lösung, weil ich eben nicht mehr ganz viel Fell hatte. Ich hätte damals beim Tierarzt sagen sollen, ich brauche noch mehr, damit ich mich mehr ausprobieren kann, aber das sollte so nicht sein und dementsprechend habe ich dann eben die Not so ergriffen und konnte mich aber trotzdem selber ein bisschen ausprobieren und ich werde bestimmt, wie sage ich so schön, immer mit jedem Mal machen, wird man besser und dann weiß man auch, was man vielleicht anders macht oder ähnlichen und da immer dran denken, kein Meister ist vom Himmel gefallen, probiert euch da ganz in Ruhe aus und versucht da einfach so ein bisschen zu schauen, dass ihr da so ein bisschen euren eigenen Stil auch findet. Manche sagen vielleicht auch, ah, andere machen das viel schöner. Ist egal, wenn es mir gefällt, ist das schön. Also mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich noch ein bisschen die anderen Sachen, da kommen noch mal ein paar Fotos hinterher und dann könnt ihr da noch mal schauen. Hier habt ihr das noch mal so ein bisschen als Video und ich hoffe, ihr seid nächste Woche Sonntag wieder mit dabei und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!